Internet und YouTube zurück bei Skyrim und Labyrinthium Jetzt hast du so lange gespannt und für nichts. Wie deprimierend muss das sein. Schrei mich nicht an. Bevor du... Okay. Dankeschön. Was zum... Dein Schatten? Ich werde dich beenden. Like a pro. Ist ja ein Schatz. Ich muss hier sogar runter. Das ist nicht gut. Ist hier ein Weg? Nee, hier ist ja gar kein. Aber das sah so aus wie ein... Wer, wer? Hast du das gehört? Irgendjemand ist hier doch. Das macht mich nervös. Ja. Wo kommst du... Was bist du für ein Troll? Das sieht mehr aus wie ein... Wolf. Er zeigt mir dein Popo. Fünf geholt. Gut sein können die Viecher das nicht beißen. Okay, wo ist der Chef hier? Dass ich mich immer zuerst mit den Angestellten rumplagen muss, ist doch... Okay. Zehn Gold. Shit. Ich hätte es belassen sollen. Nur noch einmal werdet ihr versagen. Nee. Ich glaube, es werden noch mehrere Parts. Es werden... Ich werde noch öfters versagen. Keine Panik. Trägt sie dir? Stimmt. Ey. Nur ein kurzer Blick, mein Freund. Nur ein kurzer Blick. Oh. Doch. Das sieht aus wie ein Troll. Du bist ja hässlich, ein Troll. No way. Okay. Und what do... Mann. Was für eine Sauerei. Also, wie viel habe ich? 385. Ich habe genug Kohle. Ich nehme nur Gold. Ich habe keine Ahnung. Warte, lasst mich mal Objekte... Was könnte ich denn trinken? Das war völlig Blitzresistenz, nehme ich auch. Ist ja völlig... Feuerresistenz. Keine Ahnung. Und Berserker. Oh. Da bin ich grün. Oder was? Ich habe so viele Getränke. Ich kann mich ansaufen. Was ich will, YouTube. Ey, Lüdi. Lass mir auf. Ihr... Ihr seid nicht Ahren, Bruder. Hat er euch an seiner Stelle geschickt. Na, jetzt bekommst du das große Flattern, was? Hey, hey, hey. Ich habe dich schon so oft deinen süßen kleinen Arsch gerettet, Lüdi. Lass zum Henker. Das sind Explosions. Dir? Ihre Lichtmutter. Hey, Mutti. Mutti, 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 Mutti. Mutti. Oh Mann, das sieht gut aus. Für so eine Ehrlicht. Für eine Ehre, Ehrlicht. Okay, das sieht nicht mehr gut aus. Hat mich gefreut. Was? Dich kennen zu lernen. Wohin gehst du? Ach, du kommst. Moment, Ruhe. Tonalarm. Wapp, 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 wapp. Ihr Lichtmilf. Hat er euch gewarnt, dass eure eigene Macht euer Verderben sein würde? Dass sie nur dazu dienen würde, mich zu stärken? Was wollte ich machen? Der verwirrt mich mit seinen blöden Sprüchen hier. Ne, nicht sauber. Die hat Magie. Ich bin so selten auf Magie. Und zwar, mein Freund. Willi. Wow, was ich hier alles in den Favoriten drin habe. Frostbiss, oder? Feuergeist. Löde. Löde. Wer hätte das gedacht? Das war nicht die Kombination, die ich haben wollte. Welche Kombination? So, ein bisschen die Kombination, die wollte ich haben. So, erst holen wir hier drei Gold. Okay, ich möchte aufhören damit. Also drei Gold waren ja auf jeden Fall drinnen. Man muss es... Wir können jetzt nicht stehen bleiben. Wir müssen weiter. Wo ist Inevali? Sie war direkt hinter mir. Tod. Irgendwas hat sie von hinten gepackt. Und ehe ich mich versah, war sie weg. Das ist Wahnsinn. Wir hätten nie hierher kommen sollen. Ihr habt recht. Es ist alles meine Schuld. Sollen wir umgehen? Zurückgehen. Das ist echt ein Genick. Das ist eine gute Idee. Würde ja nicht zu laut. Zurückzugehen würde für uns alle das Ende bedeuten. Wenn wir weiter machen, schaffen wir es. Wir werden es schaffen. Kommt schon. Ihr schafft es. Kommt schon. Mann, ich habe gerade... Ich habe eine Tollkirche gepflückt. Verdammt. Geisterhund. Geisterhund. Super. Wir müssen nicht Gassi gehen. Bis zum Essen kaufen. Keine Haare in der Wohnung. Ich habe das gesehen. Warum bist du so blau? So blau. Na also, wenigstens hast du meinen Blocken verbessert. Du musst. Du musst. Doppelt gemoppelt, würde ich. Oh, wenn du grau bist. Bist du tot. 78, Mann, das dauert. Neue Stufe. Okay, löte ihn. Zeig's ihm. Oh, mit Pfeil und Boden. Neue Stufe. Neue Stufe. Gleich nehmen, bevor wir alle durch... Was nehme ich denn? Ausdauer? Oder... Ausdauer. Es ist doch völlig wusst. Ein Talentchen. Ich sollte auf Beschwörung gehen. Weil ich die Zauberei mache? Nee. Okay, ein Hand brauche ich nichts mehr. Schmiede. Schwere Rüstung. Bin ich schon overpowered. Und einhändig... Ist hier einfach nichts mehr, was mich... 39% schneller. Da habe ich ohnehin das andere. Also, nee. Es ist zu... Ich könnte auf zweihändig schon mal was investieren. Könntest du? Barbar. Ich nehme gleich das. Ich bereite mich vor. Was hat so ein blaues... Du hast auch... Was? Herzräuber. What? Gib mir das mit. Ich bin voll. Nein, bin ich nicht, weil... Zeig mal. Ach, habe ich irgendwas eingenommen, oder? Deshalb. Schaden 6 und 4. Zeig mal. Das sieht gut aus. Machen wir mal mit dem rum, oder? Tribüne. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wer ist dein Vater? Ich bin bereit. Das ist das Reim des Willen. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs... Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Ich bin bereit.